Wer sich im Internet anonymisieren möchte, der kann zu einem VPN greifen, sollte dann aber, je nachdem wie ernst ihm die Sache ist, die VPN-Verbindung nicht auf dem Gerät herstellen, auf dem er sich anonymisieren will, sondern auf dem zweiten Gerät und das erste Gerät dann damit verbinden. Klingt jetzt kompliziert, am Ende nutzt man einfach einen Router, der die Verbindung herstellt und verbindet dann den PC zum Beispiel damit. Um genau das zu tun, hat mir jetzt der Hersteller GLINET hier diesen PROOM zur Verfügung gestellt. Andere Bezeichnung ist auch GL-MV1000 und der bietet die Möglichkeit an, seinen Computer zum Beispiel per Ethernet-Kabel damit zu verbinden und das kleine Gerät hier stellt dann die VPN-Verbindung her. Das Konzept gibt es ja schon länger, dass man einen Router kauft, eine OpenVPN-Verbindung herstellt und damit anonymisiert surfen kann. Problem dabei war immer, die Router sind relativ teuer, da man viel Performance für OpenVPN braucht. Das Ding ist jetzt auch teuer, wir schauen uns aber auch gleich mal die Performance an OpenVPN im Vergleich zu WireGuard. Ja, was ist WireGuard? WireGuard ist jetzt quasi ein neuer Konkurrent, der gerade so aufkommt zu OpenVPN, der deutlich weniger Ressourcen braucht. Das schauen wir uns genau einmal an. Also ich bin jetzt hier im User Interface von dem PROOM, melde mich damit einmal an und man sieht hier schon, ja, keine VPN-Verbindung hergestellt. Dann gehe ich mal hier unter VPN und gehe hier erstmal auf WireGuard Client. So, dann gehe ich auf mein MULWAT-Konto. MULWAT ist nämlich einer der Anbieter, die WireGuard aktuell anbieten und kopiere mir hier diesen, ja, Passwort, wie Ticket, glaube ich, nennen die das. Also dieses Ticket, diese Ticketnummer raus und gehe dann hier bei WireGuard Client, Add New Profiles, nenne das Profile einmal MULWAT, gehe auf Next und hier gehe ich auf Overs, MULWAT, also zwei Stück unterstützt er. Also der Anbieter, der WireGuard unterstützt, der muss nicht hier in der Liste sein. Da könnt ihr auch die Konfiguration, könnt ihr hier auch manuell hinzufügen. MULWAT ist jetzt halt hier einfach schön zum Demonstrieren. Hier kopiere ich dann diese Ticketnummer rein, achte darauf, dass ich da keinerlei Leerzeichen weder am Anfang noch am Ende noch in der Mitte irgendwo drin habe und klicke einmal auf Add. Dann warte ich einen kurzen Moment und jetzt sind alle Profile, die ich so habe, hinzugefügt. Hier habe ich dann in der Serversliste die Auswahl. Hier ist immer das Länderkürzel hintendran, DE4 zum Beispiel, WAN-Server in Deutschland. Wähle ich jetzt mal aus und klicke auf Connect. Aber genug geredet, kommen wir zum Geschwindigkeitstest. Ich habe verschiedene Setups ausprobiert, zum Beispiel mit iPerf einen Geschwindigkeitstest zu machen oder Speedtest.net. Allerdings sind da die Ergebnisse relativ unzuverlässig. Und was das genau liegt, kann ich gar nicht sagen. Vielleicht liegt es auch am WireGuard-Protokoll. Aber am Ende ist ja wichtig, was kommt beim Download an. Deshalb mache ich einen ganz praxisnahen Test. Ich habe jetzt im Jdownloader drei Dateien eingereiht. Als Hoster nehme ich Premiumized. Hier unten seht ihr, dass drei gleichzeitige Verbindungen eingestellt sind. Hintergrund seht ihr auch die IP, die ich jetzt habe im VPN. Also ich bin tatsächlich im VPN und nicht mit meiner echten Internetverbindung aktiv. Wir erinnern uns an das Werbeversprechen von Proom, dass mit WireGuard 280 Mbit pro Sekunde möglich sind. Mit dieser Info im Hintergrund klicke ich jetzt einfach mal auf Play hier. Und wir schauen mal, welche Geschwindigkeit wir tatsächlich kriegen. So, damit wir auch die Anzeige in Mbit pro Sekunde bekommen, wechsle ich hier mal in meinen Taskmanager. Und tatsächlich, wir haben die 200 Mbit-Marke geknackt. Und schon bei drei Verbindungen komme ich an diese 280 Mbit pro Sekunde ran. Das ist ja ein bisschen ungleichmäßig, manchmal fällt manchmal ab. Das liegt aber daran, dass ich ja nur drei Verbindungen habe. Und wenn eine Datei geladen ist, dauert es ein bisschen, bis der dritte Stream quasi wieder anfängt runterzuladen. Aber relativ konstant und zuverlässig hier bekomme ich die Geschwindigkeit hin. Das ist die schnellste Geschwindigkeit, die ich ehrlich gesagt bei einem VPN bisher mal gesehen habe. Ich habe ja die ganze Zeit mit OpenVPN getestet. Und das kriege ich dann selbst auf meinem Client hier nicht hin. Da ist er irgendwie so bei 150 Mbit pro Sekunde in der Regel abgedrosselt. Und hier bekomme ich das mit WireGuard sogar auf so einem kleinen Mini-Router hin. Also Respekt, finde ich eine gute Sache. Und meine IP ist ja geschützt, wie man sehen kann.